Der DFB-Vereichspokal, der Frau hat wunderschön probiert mit Schmausen-Rutz für diesen Finaltag. Das gab es 2010 quasi als Begrüßungsgeschenk der Finalistin, als sie mit dem eigenständigen Finale hier nach Köln ins 2. Nächli-Stadion gezogen wurde. 60 Zentimeter pro Kilo, Kilogramm schwer, wenn man ganz in Italien hergestellt wird, wo der WM-Pokal noch hergestellt wird. Der DFB-Vereichspokal ist eine gute Adresse, ja. Und hier unten auch die Tockel-Datung des jährigen Zugewinnens dieses Pokals, verewigt achtmal inzwischen der 1. NFC Frankfurt hier und 2015 zum letzten Mal.